Fahir mit dem Jubel vor der komplett austickenden Kurve. Und dann zum Nachbericht und zum Vorbericht. Das ist heute einfach aus zeitlichen Gründen. 2 in 1 wird wahrscheinlich auch so sein mit Köln und Augsburg. Wir gehen die Highlights durch von Union. 0 zu 1 Avoni, wer auch sonst 31. Dann die gelb-rote Karte von Karasau, der 57. Und der Ausgleich 1 zu 1, 90 plus 3, Wahid Fahir. Am Ende waren es dann die erwarteten 32.500 Fans. Neben einzigen gab es so eine kleine Karawanen tatsächlich vorm Spiel noch. Und ja, das Comeback der Kurve, es tut einfach gut. Auch dieser Spruch hier, wenn du das Kommando singen hörst, dann weißt du, dass du nie alleine bist. Passt da sehr, sehr schön dazu, finde ich. Im Startelf-Tipp war es eine 8 von 11. Einfach Kouibaly war doch fit, oder fit genug. Anders als Mammusch, Manga da doch auf der Bank gewesen. Und eben auch Al-Ghadoui von Beginn an. Am Anfang gab es kleinere Möglichkeiten von Trimmel und Endo. Aber da war es dann sehr, sehr viel Neutralisieren, sag ich mal, zwischen beiden Mannschaften. Dann klaut aber Khedira Endo unten im Ball. Das macht er gut. Oben macht er ein bisschen viel bis hin zum Foul. Da kann man durchaus diskutieren. Am Ende wurde es nicht abgepfiffen. Folgend bekommen Abonnier den Ball völlig frei am 16er. Ein letztes 1-0, wie er es die letzten Wochen immer gemacht hat. Den kannst du halt einfach so nicht frei stehen lassen. Das war einfach nicht gut genug verteidigt. Es gab noch einen Longshot von Endo. Abonnier mit einer großen Möglichkeit aus 13 Metern in den Neben gehauen hat. Und so ging es in die Halbzeit. Mit einer durchaus verdienten Führung für Union, würde ich sagen. Es gab von uns aus wenig Zielführendes nach vorne, bis eigentlich gar nichts. Dann hat sich das Spiel aber ein bisschen gewendet, fand ich. Zehn Minuten nach der Halbzeit, also zwischen der 55. und 57. Es sind doofsagt vier Sachen passiert, beziehungsweise drei oder vier Sachen passiert, drei Aktionen passiert, die das Spiel verändert haben. Nummer 1 war die Mangala-Einwechslung. Nummer 2 die Fahir-Einwechslung. Nummer 3 war dann quasi die erste gelbe Karte von Karasur. Und eben Nummer 4 die gelb-rote. Ganz knapp dran an einer glatt-roten Karte. Gut, dass nur gelb-rot ist, dann ist es glaube ich nur ein Spiel immer Sperre. Eben auch wirklich binnen 35 Sekunden. Und es war wirklich dumm wie Scheiße, wie der Reingang ist. Da wird er draus lernen. Ich glaube, so eine Nummer bringt er hoffentlich nie wieder. Aber das Gute war dann, dass Union quasi nichts draus gemacht hat. Also ich könnte mich an keine Konter erinnern, die sie irgendwie gescheit gefahren hätten oder sowas. Auch wieder am Ende der ersten Spiele hast du ja gar nicht mehr richtig gemerkt. Warte mal, Stimme waren ja in Unterzahl. So das Spiel hat sich nicht groß verändert. Aber trotzdem, weiterhin auf beiden Seiten quasi keine Chancen eigentlich. Union hat die Führung recht souverän gehalten. Eigentlich gingen alle davon aus, auch im Stadion wahrscheinlich die meisten davon aus, fahren die mit 0-1 nach Hause halt einfach. Fahr hier noch mit dem Koffer an der 89. Und dann eben die Szene, die halt einfach die kompletten, ja wirklich sehr sehr mäßigen 92 Minuten davor, also vom Spiel her, Stimmung war geil, so Kurven-Comeback, ne. Aber vom Spiel her mäßigen 92 Minuten davor dann halt vergessen gemacht haben. Also langer Ball, Bredlow über Dinos Trübber. Klimovic kommt an, Ball legt ihn weiter auf die Darby. Der kriegt ihn irgendwie weiter geschoben, weitergerollt zu. Fah hier, der an der 16. Union den Ball bekommt, macht einen guten Schritt, vor allem eine gute Bewegung. Dadurch irgendwie, oder der Union rutscht halt daneben. Und er macht eben einen halben Meter mehr Platz dadurch. Kommt zum Abschluss. Ja, der ist eigentlich zentral halb hoch auf Lute. Der hat er im Leben locker gehalten. Aber Baumgart erinnert sich an seine VfB-Vergangenheit, wenn man es so ganz dumm formulieren will. Und fälscht das Ding noch unglücklich, aber für Lute dann unhaltbar. Aber für uns sensationell fälscht das Ding ab. 1 zu 1. Die komplette Eskalation. Also Matarazzo, Mislintat, die gesamte Ersatzbank, die Kurve. Habe auch irgendwo auf den Zeitungen gelesen, im Stadionflug fasst das Dach weg. Also unglaubliches Erlebnisnis 1 zu 1. Da dann unbedingt den Vlog abchecken. Habe hier eine Bude mit drauf. Wahnsinnige Geschichte. Wie das letzte Mal wirklich vor vier Jahren gewesen. So mit dem Akkudo-Ding 2 zu 1 gegen Köln 2017. Weitere Bilder dazu dann später in den Tweets of the Match. Fahr hier erste Bundesliga-Hütte. Aber wie gesagt, es hat viel, viel dann noch gut weggerettet quasi. Weil das Spiel davor war wirklich nicht gut. War wirklich nicht geil. Das Spiel wenig inspiriert nach vorne. Du merkst halt wirklich die Ausfälle so richtig dicke. Gerade eben in der Offensive. Aber die Mentalität ist eben da. So, sie geben sich nicht auf. Der Spirit ist an und für sich da. Selbst in Ito hat glaube ich dann, habe ich gelesen, den Ball dann nach dem 1 zu 1 geholt in Richtung Anstoßpunkt geschmissen. Nach dem Motto, komm, vielleicht haben wir nochmal einen Angriff. Gehen wir auf den Sieg noch. Also, das passt schon alles sehr, sehr gut. Fahr hier war auch sehr glücklich drüber. Logischerweise, aber auch tatsächlich selbstkritisch. Also, schön ins Interview. Gleitetsch war nach auf dem Platz. Wurde auch kurz, ja, der Lars wollte interviewen, aber die Kurve ging noch ab. Haben sie kurz unterbrochen gehabt. Hat auch gesagt, überragende Energie. Wir sind nicht tot zu kriegen. Wir sind halt auch wieder auf Instagram. Also, auf die Post kann man sich jedes Mal in jedem Spiel freuen. Also, natürlich, wenn es auch die Spiele natürlich hergeben. Wieder hier mit unser Dank an die unfucking fassbare Kanche der Kurve. Also, grandios einfach. Und ja, damit verpasst Union den Rekord in der Siegesserie. Und eben auch Platz 4, aber trotzdem weiterhin auf dem absolut starken 5. Platz. So, wir auf Platz 14 mit 10 Punkten. Aktuell damit 4 Punkte vor Platz 16. Unser nächster Liga-Gegner Augsburg. Und eben danach 3 Punkte auch hinter Platz 7. Mainz 05. Also, alles noch sehr, sehr nah aufeinander. Pokalgegner Köln nenne ich hier auch noch direkt mit rein. Wir haben ja doppelt und dreifach. Hier alles in dem Video drin. Punktgleich mit Mainz sind sie 8er. Also, 3 Punkte vor uns. Nächste Spiele für Union sind erstmal der Pokal bei Waldhof Mannheim. Dann geht es gegen die Bayern zu Hause. Dann haben sie die Conference League auch zu Hause gegen Rotterdam. Und eben auch Köln im Pokal haben wir ja vor uns. Und danach Augsburg auswärts und Bielefeld zu Hause. Dann das Meinung auf dem Match-Voting. Wie immer im Community-Tab abstimmen da gerne. Und auch die Meinung zu allem in die Kommentare. Ja, hier waren wenige, die irgendwie auffällig gut waren. Wie gesagt, das Spiel war wirklich nicht gut. Aber 3 sind, ja, sind wir am Start hier zum Auswählen. Nummer 1, ganz klare Geschichte, ist Fahr hier nach der Einwechselung. Gute Ad-Senty gesetzt und eben halt einfach der Lucky Punch. Das ist automatisch im Voting drin, der Kollege. Daneben hat Endo Mittelfeld so ziemlich alles gespielt, was man so spielen kann. In dem Bereich auf dem Feld quasi über 90 Minuten. Das war auch ganz krank. Und ich nehme jetzt hier mal Ito raus. Weil wir halt auch wieder Dinos nehmen können. Aber ich nehme mal Ito raus, weil, wie gesagt, Dinos öfter im Vordergrund aktuell. Aber auch Ito. Also Anton Ersatz da in der Mitte spielt die Zentrale da, als würde er es seit Jahren machen, doof gesagt. Zweite japanische Liga, ich kann es nicht genug sagen. Deswegen nehme ich ihn hier auch mal raus, damit er auch mal sein Lob hier abbekommt. Und damit haben wir hier das Voting. Und wie eigentlich finde ich der erste Tweet auch direkt der geile Tweet hier. Einfach nur das Wort Liebe. Und dieses unfassbar geile Bild von Fahr hier mit dem Jubel vor der komplett austickenden Kurve. Der zweite Tweet ist dann repräsentativ. Da war auch Rino und sowas. Gibt es auch geile Bilder von den ganzen Konsorten. Aber einfach einfach mal nur hier Mistend hat wieder hingestellt. Sven fucking Mistend hat. Ein Sensationsbild, wie der da komplett am austicken ist am Seitenrand. Und das letzte, ganz klare Geschichte, um das nochmal reinzunehmen. Wie gesagt, gerne den Vlog abchecken, was das angeht. Kann nicht in Worte fassen, wie das Gefühl in der vorigen Kanzel der Kurve war. Unbeschreiblich, habe ich auch gesagt, das ist unnachahmlich. Habe ich ja auch im Vlog mit quasi keiner Stimme mehr. Aber ich habe es gesagt, auch jetzt sollte ich eigentlich eher die Stimme schon für morgen Abend. Aber scheiß drauf, es wird schon funktionieren. Ja, einfach traumhaft gewesen. Und damit hüpft man quasi in den zweiten Part. Ins eigentlich zweite Video hüpft man rein. Köln, Pokal steht an. Das ist mit so das größte Überraschungsteam der Saison, würde ich mal sagen. Letzte Saison in der Relegation noch gerettet gehabt gegen Kiel. Und dann übernimmt eben Baumgart. Von Paderborn gekommen. Und auf einmal spielen die Kollegen wieder Fußball mit Spirit, mit Mentalität und auch wirklich mit Sinn. Der wirklich auch Spaß macht zuzugucken. Die spielen auf einmal wieder Fußball in Köln. Also sehr, sehr stark. Was da wirklich auch mit einem... Klar, die hatten ein paar Abgänge und so. Und viel Ablösefrei ist vor allem geholt dann. Aber vor allem auch mit ähnlichem Kader trotzdem noch, wie letzte Saison. Was da bisher bewegt wurde. Aber das Beispiel ist Modest, der auf einmal wieder komplett wieder erwacht ist. Auch jetzt schon sechs Hütten gemacht. Für uns ist auch gut, dass hier Skiri ausfällt. Weil es ist auch eine absolut wichtige Stütze im Kölner Spiel. Zuletzt beim 2-2-Comeback gegen Leverkusen haben sie in einem 4-1-3-2 gespielt. Und gegen die muss man, wie auch schon vor Union klar war, ist vor Köln auch klar. Gegen die muss man mit vollem Einsatz spielen. Aber was uns ein bisschen mehr liegen könnte im Vergleich zum Union-Spiel, ist eben, dass Köln doch schon selber Fußball spielen will. So ein bisschen das Spiel auch selber Bock hat, was zu machen im Spiel. Und das könnte uns oder hat uns ja in der Vergangenheit öfter mal gelegen. Also absolut unangenehme Aufgabe im Pokal morgen. 20.45 Uhr in Stuttgart geht es los. Und auch hier nochmal die nächsten Spiele für Köln. Auswärts Dortmund und dann zu Hause Union Berlin. Hier ist natürlich der Fokus auf den Pokalpartien gegen Köln. Aber auch erstmal insgesamt gucken. Gesamtbilanz gegen Köln. 35 Siege, 25 Unschieden und 39 Niederlagen. Also recht ausgeglichen. Ein bisschen schlechter für uns. Gerade auch zu Hause eigentlich ein Angstgegner. Also klar, 2017 ist noch nicht allzu lange her. Der Akolo-Sieg eben quasi. Aber davor war es letztes Mal Liga-Heim-Sieg. 19.96 gewesen. Da läuft es im Pokal deutlich besser gegen Köln. In diese Zweitrundenpartie im Pokal eben kommen wir durch das 0-6 beim BFC Dynamo in der ersten Runde. Köln 2-4 im Elfmeterschießen erst. Bei Karl Zeiss nicht mehr weitergekommen. Und ja, im Pokal gab es immer Heimsiege für die Klubs. Also dreimal in Köln gespielt, drei Köln-Siege, viermal in Stuttgart gespielt, vier Stuttgart-Siege. 1999 Heimsiege im Achtelfinal und eben auch genauso 2012. Das war das letzte, das nächste im Pokal. Das letzte Pokalspiel gegen Köln. Auf dem Weg damals ja dann Köln im Achtelfinal gewesen zu 12. Bis es dann bis ins Finale ging 2013. Die PK heute Morgen wieder ein bisschen Aufschluss ergeben, wie es kadermäßig aussieht. Also eben neben den Langzeitverletzten, die ja eh schon klar nicht dabei sind. Marmusch ist verletzt oder weiterhin verletzt. Förster wird irgendwie random beim VfB 2. Heute Abend glaube ich schon dann Spielpraxis sammeln. Ich weiß nicht ganz warum, aber so ist es halt. Für Müller kommt das Spiel auch noch zu früh, aber da wäre er glaube ich so oder so, auch wenn er fit gewesen wäre, der Pokalkeeper Bredlo klar gewesen. Und da es Pokal ist, ist auch Karasso spielberechtigt. Da ist ja seine Spielsperre erst in Augsburg, in der Bundesliga, in der Liga der Fall. Und Rino hat auch schon gesagt, also es kann sein, dass es die ein oder anderen Veränderungen gibt. Deswegen werde ich ja auch ein paar einbauen. Auch wenn ich hier wieder einen Startelf-Tipp schwierig finde, weil natürlich, wie viel rotierst du, wie stark stellst du da im Endeffekt auf. Aber abgeschenkt wird der Pokal nicht, deswegen stelle ich hier auch einen guten Mix hin. Oder muss am Mittwoch ein guter Mix gefunden werden, auch von Matarazzo. Hinten Bredlo, Dinos, Ito und Kempf recht klar. Ich sehe da keinen Stenzel oder Mola oder sowas reinrücken. Mola könnte vielleicht Sosa ersetzen, aber sehe ich auch nicht so wirklich. Der war zwar wenigstens im Kader, aber wurde ja auch nicht mehr eingewechselt in den letzten Spielen. Karasso wird denke ich spielen, da er ja dann eh seine Pause dann bekommt. Selbstverschuldet in Augsburg am Sonntag. Und stelle am Ende des Tages dann doch eine gute Elf zusammen. Deswegen auch Endo und Mangala im Mittelfeld. Können sich auch einen Nathai bringen, der hat auch seine Köln-Vergangenheit. Aber ich bringe erstmal Mangala. Und vorne, glaube ich, an eine Pause für Führig. Da ja auch eine Geschichte, Ex-Trainer Baumgart. Hat ihn auch in Paderborn trainiert gehabt letztes Jahr, letzte Saison. Und auch Kulibadi, glaube ich, dass er mal seine Pause gebrauchen könnte, um es so zu formulieren. Dann gibt es ein paar Optionen. Wie auch eigentlich ein Förster hätte ich auch aufgestellt, aber jetzt ja doch nicht so. Deswegen packe ich von Beginn an Klimovic rein. Dann kann er sich auch mal wieder beweisen und tut das hoffentlich auch. Ich hatte eigentlich auch einen Clement im Kopf, aber der war zuletzt halt auch nie gefühlt im Kader sogar. Also nicht mal auf der Bank. Deswegen vielleicht ja sogar an die Darby von Beginn an. Ich packe ihn mal rein. Hat tatsächlich auch wirklich ein bisschen frisch mit reingebracht gegen Union. Hat ja auch das Tor vorbereitet. Ganz vorne war Al-Ghadoui halt echt ein bisschen verloren gegen Union. Du kannst den Pokal natürlich nochmal bringen. Aber ich versuche es nochmal mit Fahir von Beginn an. Ich tausche quasi so ein bisschen die Wechsel in die Startelf rein. Ja, wieder riskant. Wahrscheinlich wird er wieder nicht besser als 8 von 11 oder sowas. Aber schauen wir mal. Für morgen Abend wird mit 25.000 Karten gerechnet, die dann verkauft sein werden. Inklusive 1.200 Fans aus Köln. Also sehr, sehr gut. Ich glaube, die werden auch ordentlich Stimmung mitbringen. Wie schon tausendmal gesagt, wird ein hartes Stück Arbeit. Aber von den Spielanlagen her zumindest, könnte es wirklich ein attraktiveres Spiel werden als noch gegen Union. Auch wenn ja meistens solche Spiele dann eher enttäuscht, wenn man meinen könnte, ey, die könnten was werden. Aber ja, hoffen wir einfach mal, dass morgen ein gutes Spiel wird. Da könnte Feuer und Offensive auf jeden Fall drin sein, wenn es eben gegen dieses, ja, gegen Baumgards Köln geht. Und bisher in der Saison im Pokal wäre es natürlich immer geil weiterzukommen und auch mal wieder weit zu kommen. Also will ich auch morgen ganz, ganz klar weiterkommen. Wie hoffentlich jeder da auf dem Platz steht, jeder, der irgendwie als Fan mit dabei ist. Ich sage wieder, eine enge Geschichte. Es könnten 1-0 werden, es könnten 2-1 werden. Doch nochmal mal ein Konter setzen zum 3-1 oder so. Ich sage, ich bleibe einmal beim 2-1 mal wieder stehen. Können wir tatsächlich auch morgen eine Verlängerung vorstellen. Elfmeter schießen, weiß ich nicht. Auch vorstellbar, aber irgendwie habe ich eine Verlängerung fast ein bisschen im Gefühl, weil es einfach wirklich ein sehr, sehr enges Ding werden könnte. Auch mit der Rotiererei, weiß ich, wie weit Köln groß rotieren wird. Aber auch dadurch könnte es sich so ein bisschen neutralisieren und weil nicht alles 100% funktioniert bei beiden Teams. So, nochmal gespannt aufs Spiel morgen. Hier wieder Voting im Community-Tab. Natürlich dann diesmal nur Sieg und Niederlage. Unentschieden gibt es ja nicht so. Und natürlich die Meinung von euch, ab in die Kommis, zu allem, zu Union auch gerne noch. Und natürlich auch hier zum Köln-Spiel. Und ja, damit war es das mit diesem Doppelpack hier. Eine wilde Nummer, aber ging halt einfach zeitlich nicht anders. Und wie gesagt, morgen Nacht dann irgendwann der Stadion-Volk vermutlich. Und dann die weitere Woche, dann Richtung Augsburg. Dann natürlich auch nochmal Videos. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.